auch okay aber auch mal Hallöchen zusammen das mit der Ecke im Teil war nicht geplant aber Hallöchen zusammen schönes Spielchen hier okay alles klar wir sind immer noch hier auf der Tour ja, ich bin für bessere Waffe und wo die kommen runter wir haben so'n scheiß Waffen hier ich hab bloß da ne Waffe ein bisschen Waffen hier kann man hier immer die AK russerland das war los ja dann ja 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 das ja ja alles klar und wo müssen wir jetzt hin da muss ich das denn mit schon auch fotografieren die kamera weg ja grün hallo da grün wir machen das schön leise gut geschossen die du vor den anrund ich gebe den mach Bilder von allem, was wichtig aussieht. Karten, Baupläne, was immer du findest. Okay. Hier ist aber nichts. Sei gründlich. Immer gründlich. Finde einen Weg ins Hauptgebäude. Ich folge dir und kümmere mich um den Alarm. Lass mich mal fotografieren. So, was haben wir noch? Ist nichts mehr. Oh, das ist klar. Wir gehen weiter. Okay, hier komm ich nicht durch. Und ziehe. NICHO NIEÖBÄCCHNEM. Ich schaue dir. Okay. Schön im Wachshof. So, wo ist mein Ziel? Ich muss da rüber. Das ist alles entscheidend. Das ist alles entscheidend. bis in wie in eigentlich nach hinten ruft. Da fuss. Dann Musch' rüber. Bevor wir von dasselbe? Da Pås K وس! Eh, pass auf. Halt dich an die Schatten und bleib in Bewegung. Halt den. Ich umfange jede Menge Funkverkehr. Sie suchen nach dir, Bell. Aber ich habe immer noch nichts von uns gehört. Beeil dich und geh rein. Ja, bin schon dabei. Ja, komm schon. Au, au, au. Sehr schön gemacht. Du hast was verloren. Park. Bell hat einen Weg hineingefunden. Wir haben nicht viel Zeit. Dann beeilt euch. Keine Einwände. Äh, ja. So viel Dank. Wachen. Da unten. Ich gehe runter und greife auf dein Zeichen an. Ich halte die aus. Ganz einfach. Alles klar. Bin bereit. Gesichert. Rücke vor. Alles gut. Ich habe von oben geschossen. Kein Thema. Hier vielleicht irgendwas. Was? Oh ja. Du hast einen weiteren Sektor gefunden. Scheiße. Das Ding hier wurde wohl als eine Art Frühwarnsystem gebaut. Raketenabwehr. Okay. Weiter geht's. Halte dich bereit. Da könnten tausend Russen hinter der Tür sein. Alles klar. Gib mir Deckung. Das ist doch keiner. Kein beschissenes Wort, Bell. Wir können auch was spielen bestimmt. Game over. Bleib mal sehen. Was zur Hölle ist das hier? Das ist ein spezielles Trainingsparcours. Sieht aus wie ein beliebiges Kaff in den USA. Okay. Wo soll ich das Mutter machen? Hol deine Kamera raus. Scheiße. Sie fangen an. Fuck. Weg hier. Wir wollen eine Übung mit scharfer Munition. Können sie haben. Was ist das? Ich habe es zu tun. Ich habe es zu tun. Ich habe es zu tun. Alles klar. Der ist da hinten. Der russische Sandberg nähert sich. Alles klar, haben wir. Wird Knaller weg sein. Oder? Da ist doch noch einer. Komm her. Wo sind die Pässe jetzt hingerannt? Ja, das freut mich auch gerade. Hallo? Ja, wo ist der? Da ist er. Wo ist der eine? 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 Alles klar, haben wir ja. Und sonst. Alles drin. Was ist der eine? Wo ist der eine? Nichts vorrücken, da ist noch einer. Was ist der eine? Ja. Was ist der eine? Was ist der eine? Nein. 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 Schnell zum Aufzug. Da. Lauf in Richtung Kontrollturm. Ganate. Aua. Aua. Guck mal. Wahnsinn. Wer sieht nach Ärger aus. So, wo müssen wir hin? Da hin. Alles klar. Ah, klangwütend. Okay. Ich bin schon dabei. Ah, wo ist das? Okay. Wo muss ich dann gehen? Wann an den Computer? Welchen Computer? Der hier oder was? Boah. Wir haben nicht viel Zeit mehr. Ja, ja. Bin da schon dabei. Jawohl. Das ist Kinderkram. Such weiter. Langweilig. Was gibt es noch? Operation Greenlight. Was ist Operation Greenlight? Kannst du das haken? War klar, dass es ein Passwort gibt. Sieh dich um. Die Russen sind nicht so schlau. Vielleicht liegt da was auf dem Schreibtisch rum. Okay. Klasse. Es ist bestätigt. Die aus Berlin geschmuggelte Atombombe gehört zu Greenlight. Das ist eine von unseren. Wenn das rauskommt. Niemand wird davon erfahren. Nicht mal Atlas Team. Das Risiko ist zu groß. Groß ist untertrieben. Wir sprechen von einer amerikanischen Atombombe unter Berlin. Ich muss sicher sein, dass Sie voll dahinter stehen haben. Die Taktik steht und der Ball rollt. Wenn der Agent die Wahrheit erfährt. Plötzlich geht es Ihnen um die Wahrheit. Es geht mir um Kontrolle. Kontrolle des Agenten. Wenn wir den Agenten nicht kontrollieren können, schalten wir ihn aus. Ganz einfach. Ganz einfach. Ich nehme einen Ausdruck mit. Das ergibt keinen Sinn. Perseus hat ein CIA Atomprogramm namens Operation Greenlight infiltriert. Geleitet von Hudson. Die gestohlene Bombe ist amerikanisch und Hudson wusste es. Nimm mich nicht. Nimm mich nicht. Scheiße. Wir müssen hier nichts. Nimm mich nicht. Okay. Das sehen wir aber in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat. Gerne ein Däumchen da lassen. Und wir sehen uns. Bis da. Ciao.